UNTERTITELUNG ...und lang miteinander verbunden sein würden. Ich krieg nichts auf die Reihe. Jetzt mach dich mal locker. Mit 25 hat doch noch keiner einen Plan. Du hast gut reden. Bist jetzt TV-Moderator. Du hast ne schicke neue Wohnung. Gönn dir ne Auszeit. Wir brauchen ein paar Regeln. Regeln? Ich will unsere Freundschaft nicht gefährden. Erstens getrennte Zimmer. Zweitens kein Geflirte. Und auf gar keinen Fall nackt baden. Komm rein! Emma und ich sind nur gute Freunde. Und da bist du dir sicher? Sie ist sowieso nicht mein Typ. Und genau deshalb mag ich sie. Das ist die Geschichte von Emma und Dexter, die über 20 Jahre lang, jeweils am Jahrestag ihrer ersten Begegnung, erzählt wird. Nicht umschalten! Das hier ist Qualitätsfernsehen! Die schreiben, ich bin der König des Trash. Immerhin bist du ein König. Ich bin so viel besser, wenn du da bist. Ich will eine besonders gute Lehrerin sein. Die, die was können, tun es. Und die, die nichts können, unterrichten. Und die, die unterrichten, sagen, fahr zur Hölle! Ich liebe dich, Dexter. Aber so mag ich dich nicht mehr. Du wirst heiraten? Ja. Du hast mir gefehlt, Dexter. Du machst dir Sorgen um meine Zukunft. Das hätte ich nicht erwartet. Wie siehst du denn aus? Wie im Junge. Du hast dich auch verändert. Ja, es ist einiges passiert. Ich brauche jemanden zum Reden. Nicht jemanden. Dich. Durch sie bist du ein anständiger Kerl geworden. Und dafür hast du sie sehr glücklich gemacht. Egal, was morgen geschieht. Uns bleibt das heute. Vergiss das nie. Egal, was morgen geschieht. Uns bleibt das heute. Vergiss das nie. Dich. Und das Padre ... courte. 20 fim! 8kąmulate. 20 f dem. Wagige Becia. we摸 es zu sein. Unter tav. Vielen Dank.